so leute was geht ab glaubst du noch mal weg am start zu einem video auf dem klaren kanal heute seht ihr mal keine ahnung irgendeine schnelle bo3 nuklear spiel das natürlich in der video beschreibung schaut bei ihm vorbei wir waren letzten video haben ja über eine unlock all verlosung geredet und der lenny hat darüber geredet und bei 30 likes machen wir eine unlock all verlösung das haben wir geknackt und von daher wollen wir uns bei euch bedanken in dem fall eine unlock all verlösung machen und der lenny haut jetzt ein paar fakten so nebenbei raus ich mach das bau text rein ja 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 das könnte man sich ja moin leute was geht lenny ist auch mal wieder back am start hier für euch auf jeden fall auf das x klar kanal jetzt war es ein bisschen zu schnell egal juckt mich nicht und zwar geht es um die unlock all verlösung alles was ihr dafür tun müsst ist in welchem game ihr den ua haben wollt weiteres wie stats und so wird dann pn über skype besprochen deswegen euren skype namen und eine gute begründung weshalb ihr den account haben wollt ja bei den games es ist dann bio 2 aw gta und mw3 und ja das war's dann jetzt eigentlich auch von meiner seite haut da rein ich las glaubt das schlusswort haut rein jungs bis zum nächsten mal